ja hallöchen ich wollte ja heute eigentlich gar kein video bringen ist ja auch sonntag und ist ruhe tag aber leute guckt mal ich habe hier mit meiner symbol schaut mal hier mein pro controller da habe ich mir neu am donnerstag gekauft ich glaube nicht dass das am pro controller liegt ja schaut mal ich würde da gerne mal ich würde gern mal wolfenstein 2 spielen ja hier würde mal das ist doch nicht normal schätzt man gerade wieder aus das stimmt irgendwas mit dem controller nicht oder mit der switch an sich das ist das steuert hier das scrollt automatisch nach rechts ich kann ja ich kann hier gleich mal den pro controller in die kamera halten damit ihr seht dass ich wirklich nichts mache dass ich euch nicht verarsche hier ich halte den pro controller hier mal drüber oder ich stelle den mal hier in den hintergrund hier liegt da die joycons sind auch dran so ich mache nichts und das scrollt automatisch ihr habt meine hände vielleicht in der spiegelung gesehen die waren auch oben habe ich sie in der luft gehalten der scrollt automatisch nach rechts und wenn man dann den controller nimmt und man versucht irgendwie ich möchte ihn gerne hier mal wolfenstein 2 spielen ich würde gern mal ja ich würde gern mal hallöchen ich würde da mal gern ja es geht dann ja das geht da nur sehr begrenzt irgendwas ist damit los hat vielleicht einmal nur die frage hat einer von euch eine ahnung ihr habt jetzt gesehen kennt sich jemand mit der technik aus weiß jemand wie das läuft ja jetzt habe ich zum starten gekriegt jetzt habe ich sie nur kriegt aber ja leute das ist doch nicht normal das ist das kann auch nicht naja meine kamera will mich jetzt auch hier verarschen die spinnen jetzt auch um wenn ich mir ganz richtig aufnehmen leute was ist denn mal hier los wirklich mal schreiben es mal in die kommentare wenn ihr wisst was hier mit dem teil los ist falls irgendwie das geht es doch auch nicht es ist doch hier macht sich selbstständig das ding ist das ding ist eigenständig geworden hier nochmal präsentiert ich lege den controller ab meine hände sind in der luft ich mache nichts da habe ich mal wirklich eine frage dran naja wie gesagt schreibt es mal in die kommentare wenn ihr es wisst wenn nicht ich habe noch einen angenehmen fürstlichen tag ich hoffe ich kriege die switch wieder in gang weil da will ich demnächst noch mal ein paar projekte drauf aufnehmen man sieht sich oder halt auch nicht die kamera spinnt und die technik versagt naja bis dahin tschau tschau man bis dahin bei euch es Untertitelung des ZDF, 2020